Ja, hallo ihr Lieben, hier ist es gestern, schon mal weiter, beziehungsweise, beziehungsweise die Themen Dating, Beziehung und, ah, sorry, Liebe. Heute haben wir mal wieder sehr schöne Mail, ich habe nur ganz kurz reingeguckt, ich habe es noch gar nicht gelesen, über Dreiecke und auch, ja, die Arbeit mit den Kursen wird kurz angerissen. Ja, ich werde hier, wir werden jetzt, weil uns sich da so viele gemeldet haben, werden wir in München so ein Ein-Tages-Seminar anbieten, also ein bisschen neues Konzept, ein bisschen anders als das Bootcamp mit so aktuellen Sachen und auch mehr Übungen und Interaktivität, wollen wir so Liebeschipp-Praxis-Seminar nennen, ich versuche das hier mal drunter zu packen, ansonsten findest du das dann auch spätestens, aber ich glaube, heute auch schon da auf der Liebeschipp, auf der Kurzseite ganz normal. Und, ja, genau, ansonsten, vielleicht sehen wir uns ja auch in einer der nächsten Lesungen. So, sorry, wir stimmen uns nicht so ganz klar, aber kriegen wir irgendwie reden. Lieber Christian, ich verfolge seit Monaten deine Videos und Podcasts und habe auch vor nicht allzu langer Zeit diverse Module von dir gebucht, insbesondere zur Bindungsangst. Es ist crazy, ich habe die vorher wirklich nicht, ich habe die vorher wirklich, ich habe vorher wirklich viel gemacht, Therapie, Steffi Stahlbücher durchgearbeitet, Coaching, dann auch spirituelle Arbeit in Anspruch genommen und dennoch bin ich nicht aus meiner Zwickmühle gekommen. Durch deine Module ist irgendwie alles von mir abgefallen und ich habe plötzlich sehr klar gesehen und gefühlt, wie egoistisch ich mich verhalten habe. Ja, Qualität zahlt sich aus. Ja, ja, gut, ich meine, die anderen Sachen helfen natürlich auch, aber, ja, gut, ich meine, wenn ich nicht überzeugt wäre von meinem Programm, würde ich es nicht anbieten. Macht die fucking Kurse, Leute. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn Leute sich so ein bisschen auch im egoistischen Minungspool sehen, das ist nicht so ganz leicht, da war es aber egal. Also, da muss man schon, das muss auch irgendwie konfrontiert werden da, ne. So, aber schön, dass du schreibst. So. Zu meiner Geschichte, ja, mal wieder ein Dreieck. Ich war bisher in meiner Beziehung eher der Pluspol, fühlte eine gewisse Verlustangst, war damit auch konfliktscheu, konnte mein Bedürfnis nicht richtig ansprechen und vor allem auch keine Grenzen setzen. Ich fühlte mich stets für das Glück und Wohlbefinden des Partners verantwortlich. Irgendwann war dann aber das Mastern so voll, dass ich mich trennte. Bei der letzten Trennung zerrissen mich aber Schuldgefühle und ich fühlte mich sehr lange schlecht. Bis ich durch deine Kurse begriffen habe, dass es durchaus berechtigt ist und auch okay ist, sich zu trennen. Absolut. Das Match ist wirklich entscheidend. Also, es ist nicht so, heirate, wenn du willst und wirst glücklich. Oder, ne, wie gesagt wird das sei, hauptsache du wirst glücklich mit dir und jeder Partner ist der Richtige, so ungefähr, gibt es ja so diverse Sprüche. Meiner Ansicht nach ist es kompletter Quatsch. Ich weiß, wo das herkommt und ja, kompletter Quatsch, vielleicht zu viel gesagt, weil natürlich ist auch ein Körnchen weit dran oder auch meinetwegen ein paar mehr Körnchen, aber das Match, das Match ist so wichtig, mit wem du zusammen bist. Also, ich könnte immer noch heute mit Menschen zusammen sein, wo ich komplett vor die Hunde gehen würde. Also, das ist, gut, ich würde wahrscheinlich schneller rausgehen, aber, ja, sehr sicher schneller rausgehen, aber ich könnte das nicht, auch nicht durch meine Arbeit an mir, konnte ich das nicht halten an so eine Beziehung mit jemand, der Spielchen spielt und das könnte ich nicht, ne. So, bis hier dann, mangelnde Polarität, kein Batschport, Konfliktschirm und Hamosiesucht auf beiden Seiten. Da ich so mit der Trennung gestruggelt habe zu der Zeit, bin ich in die drei folgende Beziehung ganz anders reingegangen. Sehr analytisch und distanziert. Polarität, so wie andere harte Fakten stimmten, ich habe mich treiben lassen, ich konnte mich aber nicht mehr so fühlen, wie in Beziehungen davor, emotional nicht voll öffnen, damit ich in Therapie und so weiter, das war super, habe viel über mich gelernt und verstanden, auch bin ich viel toleranter geworden gegenüber meinem Partner und anderen Menschen. Nun hat dies aber nichts an meiner Emotionalität verändert, ich wurde einfach das Gefühl nicht los, dass ich mehr Gefühl haben müsste. Auch aus dem Grund, um weitere Schritte wie Familienplanung und so weiter angehen zu können. Ja, das ist wieder, deswegen habe ich ja mein Kursprogramm so aufgebaut, von Liebeskummer, meinem Basic-Kurs, Umfang des Liebeschips, Selbstliebe-Challenge, dann der erste Bindungshangskurs schon, weil die Erfahrung machen ganz viele, das ist ein ganz typischer Weg hier, du bist vielleicht irgendwo, auch in so einer Co-Abhängigkeit, Abhängigkeit, kommst da raus, fängst dann endlich mal andere Menschen zu daten, dann merkst du auf einmal, ups, ich kann ja auch Bindungsangst, ich kann ja auch mal keine Gefühle haben oder nicht so viel oder wenn der andere dann irgendwie nicht so ständig heiß-kalt Drama produziert und dann, ups, ich habe ja auch eigene Themen, ist ja nicht nur so, dass der andere immer schuld ist und das ist so ein typischer Weg. Das nagt ja mehr, ich verstehe und verstand es nicht, wieso es nicht klappte, steht zwar klappte, aber ich glaube, du meinst, es nicht klappte. Natürlich kam es dann so, dass ich mich in einen anderen Mann verliebt habe, schon hängt man selber in so einem nicht korrekten, ganz korrekten Minus vorher, so schnell, so schnell wendet sich das Blatt, ne, ist verrückt, ist, ist verrückt. Aber, ich meine, jeder kann sich jederzeit verlieben in jemand anders, das kann dann passieren, ich meine, das ist da oben auch vorgesehen und ist um die Frage, was man draus macht, ne. Ich habe mich zunächst echt gefreut, nicht weil ich raus aus der Beziehung wollte, sondern weil ich wirklich schon lange gezweifelt habe, ob ich mich überhaupt noch normal fühlen könnte. Ja, du müsstest jetzt gucken, was ist normal, ne. Ist normal liebessüchtiges Komplettchaos, also wenn man das für normal hält, dann fühlen sich gesunde Beziehungen nie normal an, ne. Oder zu sagen, hey, in einer stabilen Beziehung, ja, gibt es bestimmt auch mal Hype-Phasen oder, aber es ist insgesamt ruhiger und das will man doch auch, damit man darüber arbeiten kann, aber es bedient halt nicht, äh, dieses pluspolige, äh, dieses, äh, lassen wir mal pluspolig weg, dieses Dopamin-Geschwängerte, bedient es halt nicht, ne. So, äh, ich wollte mich nicht aus meiner alten Beziehung lösen und auf die Person, in die ich mich verliebt habe, habe ich mich auch nicht eingelassen. Ich wollte die Gefühle abschütteln, es klappte nicht, ich bin so verkopft geworden, ich weiß rational, das passt gut mit meinem Partner, allerdings kann ich mich nicht zu Batch-Sport durchringen. Ja, das ist, also dafür, deswegen gibt es auch drei Bindungsangstkurs inzwischen, weil da so ein Thema ist, aber, äh, richtigerweise haben ja auch viele gesagt, warum gibt es eigentlich nicht so einen speziellen Verlustangstkurs nochmal, der kommt jetzt auch, den werde ich auch nochmal drunter packen, gibt es gerade zum Frühwocherpreis. Ähm, aber ja, das ist, das ist eben dieses Austarieren, wenn du jemand, also wenn du selber so einen angeknackten Liebeschip hast, aka Bindungsmuster, was vielleicht nicht so ganz sicher ist, ähm, deswegen ist das Match so wichtig, ne, wenn du jetzt jemanden datest, der noch minuspoliger ist und noch mehr heißkalt, dann gehst du in Pluspol, ne, also Pluspol heißt so verlustängstlich und co-abhängig und was weiß ich, äh, wenn du, äh, aber dann jemand datest, der, hey, ich bin da, ich bin ganz stabil, ich schreibe dir immer, ne, dann, dann ist auf einmal, ups, ich fühle ja gar nichts und, äh, dann ist aber zu gucken, ja, ist das wirklich jemand, der passt, der wirklich passt, so, dann sollte man auch da bleiben oder ist es jemand, der einfach nur so ist wie ich vorher, äh, selber pluspolig und drückt mich ins Minus, so, ne, und wenn man das mal alles verstanden hat, das ist ja auch großer Teil vom Modul 1, wenn man das mal verstanden hat, dass das immer ein Wechselspiel ist mit dem Partner und mit den eigenen Prägungen, so, ne, und das deswegen, du kannst diese Sachen immer nur im Wechselspiel mit deinem Partner verstehen, ne, weil je nachdem gehst, und dann verstehst du auch, ah, ich danke, ich in die Rolle, danke, ich in jene Rolle, hör mal, mach das alles klack, 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 und du verstehst diese ganze Dynamik und, äh, und dann kannst du auch wirklich bewusste Entscheidungen treffen, das heißt nicht, dass es dann alles total easy ist, aber dann kannst du auch wirklich sagen, hey, diese sichere Person, weiß ich jetzt nicht, ob die das ist, okay, das kannst du du wissen, ne, ähm, diese sichere Person, die da jetzt ist, passt eigentlich sehr gut und, ähm, ja, so ein bisschen Bindungsangst und dass ich vielleicht mal einmal zwischendurch oder auch mal eine kurze Phase keinen Bettsport will, ist wahrscheinlich meine, äh, meine passive Bindungsangst, können wir uns irgendwie durcharbeiten, ähm, ja, oder ist es jemand, der selber sehr wackelig ist, aber eher ein Plus und passt das vielleicht auch wieder nicht, ne, hab schon vieles dazu gemacht, gern den Vorschlägen der Therapeutin oder aus Büchern von Esther Perel, ähm, ja, das ist so gerade die Hype-Paartherapeutin, ne, aber ich kriege es nicht hin, fühlt sich alles völlig falsch an und ich gehe da total über meine Grenzen. Ja, meine, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ne, also man kann sich schon mal zu Hallen, Hallen mal verabreden und was weiß ich, aber wenn du ständig das Gefühl hast, oh, ich, das, ey, dann geht es nicht, ne, aber dann sollte man es auch lassen, ne, und ich, ähm, weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, aber dann ist wirklich besser, es zu lassen, ne, und klar, vielleicht merkt man das dann erst, wenn man sich verguckt hat, aber dann ist einfach auch nur fair, das dann auch zu sagen und dann, ja, dann eben weiterzugucken, ne, oder auch mal eine Datingpause zu machen, aber wenn man sich gerade verliebt hat, dann macht man natürlich keine Datingpause, es, äh, wollen ja nicht unrealistisch sein hier, ne, äh, den anderen Mann finde ich sehr toll, wir teilen viele gemeinsame Werte, man redet sich das auch häufig ein, aber ich will es jetzt nicht, ich, vielleicht ist es so, ne, ne, man redet sich das auch häufig ein und manchmal geht es nur darum, dass der Alte dann doch wieder, äh, mehr Dopamin triggert und ich weiß nicht, was heute der Neue besser gesagt hat, aber keine Ahnung, gucken wir mal weiter, hm, wir teilen viele gemeinsame Werte und haben auch eine ähnliche Sichtweise aufs Leben, wir haben aber auch ein paar Reibungspunkte, Gegensätze, die Arbeit bedeuten, äh, ich bin da aber so im Kopf und vorsichtig, dass ich auch ihn auf Abstand halte, das ist aber typisch, wenn man mal aus seinem Bindungsmuster rausdatet, so fühlt sich das häufig an, ne, ah, ist komisch, es fallen einem Tausend-Gegen-Argumente ein, man ist super, man wird viel kritischer, als man es vorher je war und, äh, naja, aber wie gesagt, ich kenne jetzt deinen, weder den Alten noch den Neuen, schreibst du ja auch nichts drüber, das ist schwer zu sagen jetzt. Um bloß nicht einen Fehler zu machen oder falsche Entscheidungen zu fällen und vor dem Hintergrund der Verlustangst verletzt zu werden, nun habe ich aber erkannt, dass ich durch dieses vermeintliche Sicherheitsverhalten einfach nur Scheiße baue, wow, sehr gut, sehr gut, äh, ich verhalte mich bindungsängstig und viele Red Flags treffen auf mich zu, boah, das ist, das ist, Leute, das ist Bewusstseinsentwicklung, ne, sehr gut. Meine Analysen von Bindungstypen über Persönlichkeits- und Wertekatalog und Standards haben mich sehr verkopft gemacht, ich dachte, es hilft, aber ich glaube, es wurde nun zu viel, es gab mir auch keine Sicherheit, wurde ambivalent und vertraut und nur aufs Gefühl. Das Schlimmste daran war aber, dass ich selbst nicht erleben wollte, was ich selbst nicht erleben wollte, tat ich nun selbst. Menschen auf Distanz halten und prüfen, als mir das so bewusst wurde, ging es überhaupt nicht mehr, es ging mir nur noch mies, sodass ich die volle Verantwortung übernommen habe. Ich habe den Männern reinen Wein eingeschenkt, guckt mal, das ist bewusster als es wirklich bedeutet. Schön. Ehrlich gesagt, was mich ewig umtreibt, was passiert ist, Verliebtheit, Bindungsangst, Zweigleisigkeit. Sonst kommt doch keiner von uns voran. Ich habe mich mir einfach entschuldigt, drei Menschen wurden durch mein Verhalten verletzt. Nun habe ich mich mit meinem Partner, äh, ja, befinde ich mit meinem Partner in Trennung, zu dem anderen Mann fühle ich mich nach wie vor sehr hingezogen. Er ist auch sehr verletzt, weil ich mich nie lösen konnte. Es hat alles echt recht lange gedauert. Schlussendlich sind mir erst durch deine Kurse die Erkenntnisse schlagartig gekommen und dann musste ich sofort mit jedem ehrlich sein. Es freut mich ja, wenn es dann so direkt hilft. Viele Gespräche folgten, womit ich nicht gerechnet habe. Der andere Mann hat über alles nachgedacht und hat mir gesagt, er wünsche sich dennoch eine Zukunft mit mir. Ja, das passiert, wenn man ehrlich ist. Er kann damit leben, dass es so gelaufen ist und macht einen Haken dran, weil er mich liebt und es mit uns stimmt. Gut, wir gucken, also, du kannst mir ja drei Monate nochmal schreiben nach 100 Tagen. Schauen wir mal. Das gibt immer ein nächstes Level dann, was man entdecken darf. Ja. Zu dem ich viel daran gearbeitet habe und versuche stets zu reflektieren und mich nicht in der Situation aufgegeilt habe, in Anführungsstrichen. Er hofft, dass wir daran wachsen und in Zukunft die Ehrlichkeit beibehalten. Jeder hat jetzt nochmal Zeit für sich. Ich brauche das Ego, um die Dinge zu regeln und wieder klar zu kommen. Ich freue mich sehr darüber und finde die Reaktionen und seine Reflektionen stark. Würde nicht jeder machen. Das Ego muss noch so verletzt sein, oder? Ja, wenn man ehrlich ist, bricht man nicht ganz so viel Schaden an. Hm, jetzt wollte ich dich fragen, kann sowas denn noch funktionieren, auch wenn es so holprig gestartet ist? Wie kann ich daran arbeiten, wieder mehr ins Gefühl zu kommen und wegkommen vom Kopf? Ich mache mittlerweile Yoga und Meditation, das tut echt gut. Hast du noch andere Tipps? Das ist bestimmt zu lang. Dabei ist es schon auf das Essenzielle gekürzt. PS, bin selber Therapeutin, dass ich selbst mal in so eine Zwickmühle komme, beziehungsweise sogar selbst kreiere, hätte ich nicht gedacht. Eye-Rolling. Ja, schöne Mail. Vielen Dank dafür. Von Kollegen, freut mich auch immer sehr. Ja, du musst halt gucken. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Datingpause gemacht hast. Also jetzt wirst du das nicht machen, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber du musst halt gucken, ob du nicht immer wieder versuchst, dich, da müsste ich jetzt aber mehr wissen von dir, dich so in Verliebtheit zu halten. Also immer wieder Wechsel, drei Monate, sechs Monate, ach nee, dann doch der Neue. Aber das kann ich jetzt, das ist nur so eine kleine Warnung. Das muss jetzt überhaupt nicht der Fall sein. Vielleicht hat der Alte einfach nicht gepasst. Vielleicht passt der Neue. Ich meine, so ein Warmwechsel ist für einen Liebeschiff immer nicht so optimal. weil das überdeckt häufig vieles so und man kommt nicht so in so eine Ruhe und sammelt sich erst mal wieder, macht erst mal wieder geiles Single-Leben und geht dann gestärkt in eine neue Beziehung. Aber wie gesagt, das lässt sich ja so forschungsmäßig nicht so richtig replizieren, dass so Warmwechsel überhaupt nicht funktioniert. Von daher wünsche ich dir nur das Beste und schreib uns auch in den 100 Tagen nochmal. Wir wissen ja, wie kritisch das ist oder in 200 Tagen. Also, wer diese Begriffe nicht kennt, gibt es so ein episches Video. Die 100- und die 200-Tage-Grenze in Beziehung. Ja, in diesem Sinne, macht die Folge in Kurse und wir sehen uns bald wieder.